Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Willkommen bei Digital Blackmagic. Mein Name ist Christoph Esch und heute werde ich zeigen, wie man die wichtigsten Updates für Windows 7 und 8 herunterladen kann, um einen neu installierten PC für das Internet sicher zu machen. Ich möchte hierfür ein Werkzeug vorstellen, das den Microsoft Update Katalog verwendet, um alle relevanten Sicherheitsupdates aktuell herunterzuladen, so dass sie offline vorliegen. Die Software heißt Vesus Offline Updater und ist frei herunterladbar auf der Webseite www.vesusoffline.net. Um die Software herunterzuladen, brauchen wir einen Browser. Gehen auf die Seite www.vesusoffline.net und finden da in der Menüseite den Punkt Download. Auf der rechten Seite gibt es zwei Möglichkeiten, einen Download zu machen. Einmal eine ESR-Version, steht für Extended Support Release oder die aktuelle Version der Software. Ich lade die aktuelle Version der Software herunter. Es wird eine ZIP-Datei zur Verfügung gestellt. Diese ZIP-Datei wird entpackt. Es entsteht eine Verzeichnisstruktur, in die die Updates dann hineingespeichert werden. Das heißt, diese Verzeichnisstruktur, die jetzt entstanden ist, wird verwendet, um die Software am Ende auch zu betreiben. Ich habe die Software benutzt, um das Asus Laptop, das ich auf Windows 7 upgedatet habe, auf den neuesten Stand zu bringen. Wenn man die entpackte Verzeichnisstruktur öffnet, findet man im Verzeichnis eine ausführbare Datei, die Update Generator heißt. Hier kann man auswählen, welche Windows-Version man updaten möchte. Hier gibt es meistens zwei Versionen. Einmal die x86, was die 32-Bit-Version ist, und einmal die x64, was für 64-Bit steht. Ich halte die Software für wichtig, wenn man Windows 7 oder 8 updaten möchte, denn für diese Betriebssysteme gibt es sehr viele kleinste Updates. Für das Beispiel im Video wähle ich Windows 7 aus. Um den Download dann von Microsoft zu starten, klickt man einfach unten links auf Start. Jetzt lädt die Software den Microsoft Update-Katalog herunter. In diesem Katalog sind alle Updates gespeichert, die es für Windows gibt. Danach wird der Katalog entpackt und entsprechend der Einträge die Software heruntergeladen. Die Downloads für Windows 7 haben bei mir etwa eine halbe Stunde gedauert. Ich verwende hier eine Zeitraffer. Man wird benachrichtigt, wenn die Downloads erledigt sind und die Updates zur Verfügung stehen. Der große Vorteil dieser Methode ist, dass wenn man einmal eine Updates-Sammlung hat, man zu jedem Patchday einfach nur den Update-Generator starten muss und den neuen Katalog bekommt und somit dann auch die neuen Updates, die man offline zur Verfügung hat. Nachdem die Updates heruntergeladen sind, kann man den Update-Generator wieder verlassen. In der Verzeichnisstruktur gibt es ein Unterverzeichnis Client. In diesem Verzeichnis gibt es eine ausführbare Datei, die Update-Installer heißt. Jetzt wird ein Programm gestartet, was die Updates auf die Client-Systeme verteilen kann. Man bekommt nicht alle Updates von dem Windows-Update-Generator. Aber man bekommt genug Updates, um mit einem so gepatchten System sicher im Internet weiterarbeiten zu können und dann über den ganz normalen Update-Kanal von Microsoft weitere Software nachzuladen. Damit ist das Video zum Update-Generator VESUS Offline am Ende. Ich freue mich über Likes und wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.